Einen flauschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys Und wir haben eine neue Kategorie Diese Eis habe ich jetzt schon vergessen, obwohl ich sie gerade erst gelesen habe Aber es hat was mit Glätte zu tun Bedeutet wir bekommen Nur Challenges Mit Eis und Glätte Und ich glaube Ah ok, wir rutschen also immer weniger Also immer weiter nach unten Soweit verstanden Aber manche haben das Ich glaube die checken es so langsam Oh es sind schon 5 raus Ok qualifiziert, erster Platz Cool, wie auch immer Warum auch immer erster Platz Ich drehe mal mein Mikro runter Vielleicht hat er sonst schon kein Bock mehr auf mich Kapperlul So Ach stimmt, wir sind ja insgesamt nur 20 Deswegen Deswegen sind wir jetzt nur noch zu 15 Das geht ja schnell hier Dünnes Eis Hatten wir das nicht? Hä, das hatten wir doch eben schon Hä? Ich glaube der Modus ist noch nicht so ganz Ähm Da haben sie wohl vergessen rein zu programmieren Dass sich zweimal hintereinander derselbe Modus kommen So Zack 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 Und Oh ne, das war Nicht so Zack durch gerade eben Ähm Ach, da ist schon eine AFK gewesen, oder? Okay Von mir aus kann er ruhig machen Zack Zack Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oho Oho So Nicht runterrutschen So Das ist ja hier Oh Jetzt sind schon wieder 5 raus Wie schaffen die das denn? Ich glaube das sind die, die einfach nur rumrennen Anstatt sich mal eine Taktik zu überlegen So, ich bin nun mal noch mein Hotdog Da sind wir auch nur noch zu 10 Wenn jetzt auch mal dasselbe kommt, ne? Das wäre ein bisschen dumm Diese ganzen Bilder machen überhaupt keinen Sinn, weil wir eh nur Eis haben Letzte Runde Finale, was? Wir haben jetzt Das macht überhaupt keinen Sinn Ist das so? Muss das so, dass wir nur das haben? Ich weiß nicht, wo mehr ich wusste dann Ich muss das doch mal nachlesen dann Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Dingsforum Schade, dass der nicht auf Cover Hä? Es kann gut sein, dass es so ist Aber mich würde es jetzt wundern, warum wir 3 oder 4 mal denselben Modus spielen sollten Also für mich macht das jetzt nicht wirklich Sinn Aber na gut, vielleicht gewinnen wir das Ganze ja mal So schlecht sind wir ja nicht hier drinnen Im Gegensatz zu vielen anderen Oh nein Das war gerade ein bisschen unglücklich So, dann machen wir hier die noch ein bisschen kaputt Zack Ja, ist ja eigentlich ganz chillig hier so Aber uns wird das Eis hier langsam ein bisschen zu schaffen machen Zwei sind schon raus, ist schon mal gut Wie für mich Komm, hier muss doch noch jemand runterfallen Oh ja, der Weihnachtsmann Bitte Ich mag dich zwar, aber Ja Ich würde das Ding hier schon gern mal gewinnen, ne? So ist es nicht Also ich wünsche mir vorsätzlich schon mal hier einen Win in Fall, guys Dass das euch noch nie geschafft habt Aber das ist ja auch Das können wir ja noch bocken So Okay Jetzt wird es ernst Ja Ich hab gewonnen Ich hab zum ersten Mal gewonnen Oh Junge Der Weihnachtsmann wollte nicht aufgeben Aber ich hab ihn bekommen Mein erster Sieg in Fall, guys Yes Und erst 5 Minuten Boah, bin ich so stolz Verdiene dir bei beliebigen Runden Zwei Oh, das sieht doch mal ordentlich aus Tag Ausrüstung Ich hatte noch nie überall Gold Na gut, hier war es nicht so schwierig, aber Oh cool Ich bin jetzt eine Springbohne Wie schön Und erst jetzt kriege ich so ein Dino-Kostüm Aber hier, Moment mal Äh, bei der Schauauswahl Gefrorene Prüfungen Hier ist noch ein anderer Modus drin Ich glaub, das ist ein Bug Es wird dünneres Eis Und immer wieder dünnes Eis Viel Glück Es wird dünnes Eis Und immer wieder dünnes Eis Viel Glück Okay, vielleicht haben sie das Bild einfach nur so gemacht Aber laut Text Wird schon Sinn machen Dass sie nur diesen einen Modus Halt dreimal machen Aber naja Da bin ich ja jetzt Profi drin Wenn euch das Video gefallen hat Gebt gerne eine Positive Bewertung Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video Abonnieren Glock aktivieren Dann verpasst ihr kein weiteres Video Auf meinem Kanal Haut rein Und ciao Leute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.